Die Tagesordnungspunkte 7 bis 9 werden gemeinsam behandelt und betreffen mehrere internationale Abkommen. Bei einem davon handelt es sich um das zweite Zusatzprotokoll zum europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen. Geregelt werden unter anderem der Einsatz verdeckter Ermittler und die grenzüberschreitende Überwachung. Außerdem befasst sich der Nationalrat mit dem Beitritt weiterer Staaten zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung. Die Russischen Föderation der Seychellen Singapurs zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung 1534 dabei lagen. Und schließlich 1476 dabei lagen Erklärung der Republik Österreich über die Annahme der Beitritte Kasachstans, Perus und der Republik Korea zum Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung 1535 dabei lagen. Keine mündliche Berichterstattung. Mehr Folgers